einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde des guten geschmacks wir haben heute was richtig geiles einen exoten haben wir einen amerikaner und zwar genau den hier ein absoluter exot gar keine frage aus amerika 8,4 liter hubraum 649 ps fährt um die 330 km h knapp unter vier sekunden von 100 für den das fahren kann sehr schwierig heck antrieb böse brutal was haben wir gemacht wir haben eine abgasanlage gebaut mit klappen funktion das ding hört sich schon wirklich sehr bestialisch an sehr sehr geil wir kommen kommt mal mit generell schon mal eine richtige pornofarbe oder hat nicht jeder fällt sofort auf und was natürlich wieder weiter typisch ist zeit rechts und links hat natürlich richtig 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 geilen charakter wenn du auf der autobahn bist oder generell irgendwo eine allee wo häuser sind und du beschleunigst und das ding ist auf und das röhrt und das macht in dir einfach es ist einfach wunderschön ich würde gerne dich bitten einen kleinen carpon zu machen hier in dieser allee das sieht schon schön aus deswegen zisch ich ab wir steigen ins auto ein fahren zu unserem spot machen auf und zu und dann könnt ihr mal hören wie das ballert so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020